seitlicher holo holt wir gehen in die holo holt position und bringen uns jetzt auf eine po backe haben wir sind gestrickt ellbogen sind komplett durch gestrickt fußspitzen gestrickt und der position bleiben wir in der vorgegebenen anzahl anzahl drin der vorgegebenen zeit und das natürlich auch seitenverkehrt auf der anderen seite achtet dabei dass die schulter darauf dass die schulterblätter von der unteren schulter nicht am boden sind ist der seitliche hallo holt